Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei BetoGamble. Ich spiele heute Mech Arena, heute ist Montag und dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Okay, und die erste Runde geht los. Letzte Woche habe ich leider nicht mehr so viel gespielt. Ich habe nur Montag gespielt, Dienstag und Mittwoch hatte ich Besuch gehabt, deswegen habe ich da nicht mehr gespielt. Keine Videos mehr aufgenommen. Muss ja auch mal sein. Dann wollen wir mal gucken, was hier jetzt so abgeht. Moment, da ist einer. Wettbewerb geht leider gerade nicht. Oh ja, das war mal ein Schuss in den Aufeln. Wenn ich rauskomme, dann nehm ich vorbei. Ich habe auch noch zehnaaaaar. Oh ja. Also! Das ist ein Funder. Der Steigen zurück. Der Steiger bekommt mich. Kommen wir jetzt hier wieder lang. Okay, kein Problem, kein Problem, wir können noch gewinnen. Okay, kein Problem, wir können noch mal. Oh! Da ist eigentlich noch einer, ne? Ich werde alle packen, ne? Mö, mö! Mö, mö! Oder? Ruh! kann doch nicht wahr sein wir haben ich glaube ich hab da ein bisschen zu viel rumgespielt gut schauen wir uns mal die bewertung an oh, die quest fertig, das ist ja schlimm oh die haben mich aus der gede geschmissen, das mache ich eine woche nicht und ein mal gut dann würde ich mir sagen geht es weiter in der nächste runde, viel spaß und die zweite runde geht los wir fahren mal ganz ruhig an, den haben wir noch nicht gehabt lass mich durch aus hmmm, schiener Schuss schiener Schuss schiener Schuss Wir kommen hier einfach nicht vorwärts. Wir kommen hier einfach nicht vorwärts. Ich wollte es ein bisschen ablenken, dass sie mir hinterherlaufen und dass die Bots die beteiligen können. Was sie auch gemacht haben, aber nicht lange gegolfen. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich wieder verlieren. Schau. Wieder eine Runde verloren. Ist das aber ein bisschen nicht so schlimm, weil eine Runde habe ich noch. Eine Runde spiele ich noch. Und die muss ich gewinnen. Ich muss ja wenigstens 1 Sieg haben. Hier werden viele Quests fertig. Eine Woche lang nicht gespielt. Eigentlich ganze 5 Tage habe ich nicht gespielt. Okay. Bis gleich. Okay. Die letzte Runde für heute. Und damit muss ich sagen, dass das die beste Runde jetzt wird. Muss ich sagen. Mit den kleinen Schnellen. Mit den kleinen Schnellen. Denn Biene weg, wäre es dann splitzt. Und wie muss ich den Pfeil nicht so sagen, dass das neu war. Und natürlich nur noch ein paar Schnellen und die Kuss für den Schnellen. Die Kuss für die Kuss für die Kuss für den Schnellen. Die Kuss für die Kuss für die Kuss. Ich muss mich nicht so stellen, aber Leute, die Kuss für die Kuss für die Kuss für die Bum 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 Weglaufen, Verstecken Ach was Der mich gerade schon mal getötet hat Ach ey Ach, ist Blutwurst Oder irgendwie so, ne? Kein Teil der Sprichwort Das war ich Okay, we didn't actually We did. Yeah, we did. Oh Ach, was war ich? Ach, schwierig. Der hat noch getroffen, oder? Der hat noch getroffen, oder? Oh, okay Verlierer, das gibt es doch nicht! Wir müssen doch gewinnen! Gehen! Ich schieße überall hin und nicht auf, wo er mich steht. Da stehen alle da links. Sind sie damit? Nein! Nein, ich bin gestunnt. Nein, noch nicht wahr. Nicht eine Runde gewonnen? Oh, verloren. Ich bin der Loser des Tages. So, ein Mist aber auch. Na ja. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der letzten Runde für heute. Vielleicht bin ich auch deswegen rausgeflogen und rausgeschmissen worden sein aus Gilde. Soll ich immer verlieren? Oder öfters verlieren? Na, egal. Dann sage ich mal, das war's für heute. Ich sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.